Herzlich willkommen zu unserer Projektvorstellung Anbau, Laufstall und Liegenboxen für Rinder und Goldfein. Wir sind die Familie Wirsch und können uns gerne vorstellen. Seit 2019 haben wir Michael und Ilona den Bauernbetrieb der älteren Generation übernehmen. Mit dabei sind unsere zwei Kinder, Lena 5 und Matteo 3. Matteo ist unser Bina Bifida Kind. Aufgrund seinem Geburtsgebrechen, offenen Rücken ist er körperlich eingeschränkt und trägt die Beinorthesen. Doch das hindert ihn nicht, so gut es geht, auch seiner Leidenschaft dem Bauern nachzugehen. Zum Betrieb Unser Hof Schwendi liegt im Herzen der Schweiz im Bergkanton Uri. Das Betriebszentrum befindet sich in Attikhausen im Urner Rüstal. Unsere Betriebsflächen erstrecken sich aber bis in die Bergzone 4 auf 1400 m über Meer. Mit diesen knapp 17 Hektaren wird hauptsächlich Graswirtschaft betrieben. Die Milch von unseren 14 Kühen gelangt jeden zweiten Tag in die Sammelstelle der Emil Luzern, wo sie weiterverarbeitet wird. Der Sommer dann dürfen unsere Kühe auf der Alp Grestumo im Tessin verbringen. Und weiter noch gehören die 15 bis 20 Geisse von der Rasse Bauern zum Betrieb. Sie eignen sich hervorragend für unsere steilen Bergwiesen. Seit 2016 haben wir zusammen mit der älteren Generation zwei neue Betriebszweige aufgebaut. Zum einen ist es der Hofladen, wo die betriebseigenen Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Zum anderen der grosse Partyraum, der für jegliche Anlässe vermietet wird. Zu unserem Projekt. Um die Existenz des Betriebs auch künftig abzusichern, ist es uns gelungen, in 2020 eine zusätzliche Porte von 6 Hektaren in der Bergzone 4 anzutreten. Somit gilt der Betrieb jetzt offiziell als Gewerbe. Um das zusätzliche, wertvolle Berghäu bestens zu verwerten, wollen wir zu diesen 14 Kuhplätzen weitere Plätze für Rinder und Goldfee arbeiten. Ziel ist es, einen neuen Laufstall mit Liegenplätzen nach den neuesten Tierhaltungsvorschriften zu realisieren. Dazu ist ein Stallanbau unumgänglich. Um die Kosten so tief wie möglich zu halten, werden jegliche Arbeiten in der eigenen Ski ausgeführt. Gut 20'000 Fr. sind für das Planetenprojekt einzukalkulieren. Da wir aber die letzten Jahre sehr viele Ausgaben für die neuen Betriebszweige, Hofladen und Eventraum hatten und schon bald ein rollstuhlgängiger Hausbau für unseren Sohn ansteht, mussten wir leider feststellen, dass unser Eigenkapital für das Planetenprojekt nicht reicht. Und genau da kommst du ins Spiel. Wir bitten um deine Mithilfe. Jede noch so kleine Spende entlastet uns finanziell. Gern darfst du dich bei uns persönlich melden und dir einen Einblick vor Ort verschaffen. Jede Spende hilft. Herzlichen Dank. Wir zählen auf dich. Familie Wirsch, Attikhausen Gern. 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 Gern.